hallo liebe freunde wer von euch ist schon mal einen 600 ps wagen gefahren handtuch ehrlich wahrscheinlich nicht allzu viele von euch da sind wir auch in einer sehr sehr exklusiven zielgruppe da reden wir von porsche 911 wir reden von ferrari lamborghini bmw amg und so weiter also eine sehr sehr exklusive zielgruppe die auch sehr sehr sportlich aussieht so und jetzt haben wir hier einen kia ev6 gt der ebenfalls annähernd 600 ps haben soll und überall findet sich dieses logo gt selbst das kennzeichen hat ein gt dann haben wir gelbe bremssättel gelbe bremssättel und wir haben sehr stark ausgeformte sitze ebenfalls mit einem gt drauf und wir haben auf dem lenkrad einen knopf der auch gt trägt so was heißt dieses gt das werden wir jetzt mal in diesem clip rausfinden viel spaß